Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Kurztutorial. Wir wollten heute, ich hatte mal ein paar Fragen, wir kommen jetzt gerade in Richtung konisches Blech. Ja, dass es nicht funktioniert, eine Abwicklung daraus zu erstellen und 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 und. Ja, geht auch nicht so einfach, da muss man einen kleinen Workaround nehmen. Ich zeige euch heute gerne wie, ich zeige euch nur, dass wir es hier auch geschafft haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf die Abwicklung reingehen, Abwicklung öffnen, müsste hier liegen, ne, das ist mein anderes Konisches. Öff, aktivieren, na. So, jetzt haben wir die hier aktiviert und da haben wir jetzt die Abwicklung von diesem konischen Blech. So, genau, und wie wir das erstellen, zeige ich euch jetzt mal in einem ganz schnellen Tutorial und dafür gehen wir erstmal hier rüber ins Blechmenü und da erstellen wir eine Skizze auf die Vorderseite. So, da lassen wir uns mal ein paar Konstruktionslinien machen. Wir wollen zum Beispiel, dass die konische Dinge 100 hoch ist. Wir wollen, dass die oben ein 25er hat, das heißt 50 im Diameter und unten wollen wir vielleicht zum Beispiel 100 haben, das heißt wir machen hier 50. So, dann markieren wir unsere Linie, drücken dabei X. Damit haben wir dann die Möglichkeit, die alle als Konstruktionslinien zu machen und dann legen wir hier unsere eigene Linie hin. So, sagen wir, Skizze Fertigstellen, dann gehen wir auf Flanscherstellen, schnappen uns das ganze Teil hier. Ich wähle aus, dass es Pappe ist, der Abstand soll für mich 0,1 sein. Also gehen wir hier auf Abstand, 0,1 und was jetzt passiert, wenn wir diesen Flansch ausführen und wir in den Körper reinschauen, legt Fusion uns in dem Moment einen Blechkörper an. So, diesen Blechkörper wollen wir jetzt bearbeiten. Dafür gehen wir rüber ins Volumenmenü, sagen drehen und drehen jetzt den ganzen normal um die Achse, wie wir sie haben wollen. So, das Wichtige ist, dass wir nur 359 Grad drehen, dass wir sozusagen hier dazwischen unseren Spalt haben, das Ganze verbinden, dann sagen wir OK. Und ihr seht jetzt, Fusion hat jetzt den Blechkörper beibehalten. Das heißt, sobald wir ein Blech aus etwas erstellen, erstellt er unseren Blechkörper. Also, wenn wir im Volumenkörper rüberspringen, können wir diesen Blechkörper weiter bearbeiten. Und in diesem Fall war das ja mit dieser Drehung. Und was jetzt wichtig ist, dass wir hier Verbinden drücken. Weil dann macht Fusion folgendes, er verbindet diesen Körper mit dem Blechkörper und da der Blechkörper unser Zielkörper ist, wird er ja den Blechkörper beibehalten. So, jetzt sagen wir jetzt mal OK. Jetzt hätten wir gesagt, wir wollen noch ein paar Löcher reinhaben. Ich weiß nicht, ob wir die schräg oder gerade reinhaben wollen. Wir sagen jetzt einfach mal gerade. Dafür schnappen wir uns mal eine Konstruktionsebene. Und, wie gesagt, die setzen wir jetzt einfach mal mindestens 60 raus. Gut, soweit, so gut. Also, Konstruktionen habe ich ein cooles Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Da erkläre ich das einfach mal, wie das wirklich funktioniert. Ich wende es in diesen Videos einfach nur an. Und wenn ihr wirklich genau wissen wollt, wie es funktioniert, schaut bitte in ein Konstruktionsvideo mal rein. Ist alles ganz genau aufgeführt. Und, wie immer, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und ich würde mich ultra, ultra freuen, wenn ihr einfach meine Videos in eure Lieblings-Social-Media-WhatsApp-Gruppe oder was auch immer teilt. Ich finde es wahnsinnig, wie viele wir geworden sind. Und ich würde es einfach begrüßen, wenn wir noch mehr werden. Und jetzt legen wir hier einfach eine Skizze vorne auf unsere Ebene an. Und dann könnten wir einfach mal P für Projektion drücken. Wollen den Körper reinprojizieren. Diesen Körper sagen wir okay. Das ganze Thema Projektion ist auch im separaten Video mal aufgeführt. Dass ihr mal ein bisschen wisst. Da gibt es, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Arten von Projektionen, die man ausführen kann. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. So. Ich habe jetzt einfach die obere Mittellinie zur unteren verbunden. Markiere die wieder und drücke X. Und da mache ich jetzt einfach meine Löcher zum Beispiel rein. Sagen wir mal hier ins 10er Loch. Und wir wollen jetzt eine gerade Anordnung haben. Das heißt, ich fühle das jetzt mal ein bisschen weiter nach unten hier. Dann gehe ich auf erstelle mir eine rechteckige Anordnung. Der Körper ist dieser Körper. Die Richtung ist das hier. Und das wollen wir jetzt gerne hier hin haben. Ja, dann schauen wir, wie viele wir brauchen. Machen wir mal so sieben Stück. Sagen wir okay. Und das Ganze wollen wir einmal außenrum haben. Das heißt, wir erstellen noch eine andere Anordnung. Das ist wieder eine rechteckige Anordnung in diesem Fall. Wir markieren jetzt einfach einmal unsere Kreise hier. Ja, die Richtung soll ja... Ah, das wollen wir nicht haben. Die Richtung soll dann hier senkrecht sein. Hat er uns ja schon angezeigt gehabt. Das soll nicht in eine Richtung. Das soll symmetrisch sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufziehe, passt das. Das können wir jetzt ein bisschen rausziehen hier so. Denke ich mal, ist ganz gut. Gut. Und dann setzen wir noch ein paar mehr rein. Ein bisschen sehen, was hier passiert. So, optimal. Eine noch. So, hier sagen wir okay. Sagen wir Skizze fertigstellen. Und wir sehen, wir haben jetzt hier wirklich eine Wand an Sachen. Und die wollen wir jetzt hier drauf bringen. So, das machen wir mit folgendes. Wir gehen hier einfach auf die Prägen-Funktion. Schauen uns das Ganze mal von vorne an. Er will als erstes das Skizzen-Profil haben. Wir wählen das einfach mal aus. Und wählen dieses hier wieder nicht aus. So, und die Fläche, die wir haben wollen, ist diese Fläche. Und dann seht ihr, wir werden das einmal draufwerfen. Könnten fast noch ein bisschen mehr erstellen. Und wir wollen dieses ja nicht positiv haben. Wir wollen es negativ haben. Und jetzt könnten wir das Ganze noch ein bisschen verschieben. Sagen wir ein bisschen höher vielleicht. So hier. Und könnten wir hier noch ein bisschen drehen, wie wir das Ganze haben wollen. So hätten wir es gerne. Und dann vielleicht noch ein bisschen weiter runter. So hier. Das wäre zum Beispiel eine Art der Anwendung, wie man das Ganze hier durchlöchern könnte. Sagen wir jetzt mal OK. Wie gesagt, man könnte immer noch mehr Löcher hinzufügen, wenn man gerne noch mehr Löcher haben will. Und da wir immer noch im Blechkörperbereich arbeiten, kann man jetzt hier ganz einfach rübergehen auf Blech. Und sagen, Abwicklung erstellen. Dann schnappen wir uns den Blechkörper, von dem wir haben wollen, mit der stationären Fläche. Sagen wir OK. Und er würde uns das hier zauberabwickeln und hier unsere Abwicklung erstellen. Und das ist eine der einfachsten Arten, um konische Körper sozusagen zu erstellen. Wir könnten das jetzt auch haben, wenn man das gleichmäßiger haben würde, würde man das in der Kurve anlegen. Das heißt, dass wir, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen und auch hier zurückgehen, dass wir jetzt nicht sagen, hier OK, das soll gerade in der Anordnung sein. Das heißt, wir gehen nochmal in die Skizze hier rein. Sagen wir jetzt zum Beispiel, das soll weggelöscht werden. Das soll weggelöscht werden. Wir gehen das Ganze nochmal. Wir löschen das. So, das heißt, das erste, was wir wieder machen, ist P für eine Projektion. Schnappen wir uns das Ganze hier rein. Sagen wir OK. Dann setzen wir hier irgendwo unser 10er Loch hin. Könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwo hier sitzt. 10er Loch. Und wir hätten das gerne in der gleichen Steigung wie die hier. Das heißt, wir sehen eine Linie hier im 10er Loch. Und das legen wir jetzt einfach mal hier hin. Und sagen, die soll parallel sein. Parallel hierzu. Auch zu Abhängigkeiten. Super Video von mir. Ihr seht schon, es gibt zu allen Videos. Und jetzt gehen wir wieder auf einfache Stellen. Rechteggeanordnung. Schnappen wir uns hier den Körper. Und die Richtung ist in diesem Fall diese schräge Richtung. Und da wollen wir das einfach jetzt mal ein paar draufhaben. Lass uns mal schauen, wie viele wir haben können. 7 ist wieder OK. Und jetzt gehen wir wieder auf erstellen. Rechteggeanordnung. Schnappen wir uns jetzt hier die 7 Kreise. So, hier. Und da gehen wir auch wieder auf eine symmetrische Anordnung. Ziehen das ein bisschen weiter auseinander. Und schneiden die hier drauf. So, sagen wir OK. Und jetzt machen wir das gleiche, was wir vorhin wieder gemacht haben. Wir sagen, wir die Skizze fertigstellen. Gehen wieder in die Prägung rein. Also, wir gehen wieder auf den Volumenkörperbereich. Gehen in die Prägung rein. Prägen. Wer will die Skizzenfläche als erstes haben, kriegt er natürlich von uns. Wir wählen diese Skizzenfläche wieder ab. Und wählen hier unsere Oberfläche aus. So, jetzt sehen wir, dass das hier sauber rumläuft. Können wir eigentlich fast ein paar mehr machen, ne? Und da können wir auch das wieder positiv oder negativ machen. Und sagen OK. Genau. Und da könnten wir jetzt auch wieder unsere Abwicklung draus erstellen. Das heißt, wir gehen einfach wieder in den Blechbereich hin. Und sagen, eine Abwicklung erstellen. Von dieser Form. Mit OK. Und dann ist das eigentlich auch alles soweit erledigt. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen. War ein bisschen was Neues. Fand ich auch, dass wir echt wenig darüber hatten, ne? Als Tutorien. Und dann noch einen geilen Tag euch, ne? Ciao, ciao.